Apfelessig wird durch Fermentieren von Äpfeln gewonnen. Die Vorteile dieses Nährstoffs, der seit der Antike für medizinische Zwecke verwendet wird, sind endlos und jeden Tag wird ein neuer Nutzen entdeckt. Apfelessig, der in regelmäßigen Abständen konsumiert wird, bietet unserem Körper unglaubliche Vorteile und bringt viele physiologische Probleme mit sich. Was sind die Vorteile des Verzehrs von Apfelessig? Wie, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen, informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Konsums von Apfelessig? Da Apfelessig ein fermentiertes Produkt ist, enthält er wie andere fermentierte Lebensmittel darmfreundliche probiotische Bakterien. Besonders die verfestigte Struktur namens Essigmutter in Bio-Apfelessig ernährt nützliche Bakterien, die für das Verdauungssystem sehr wichtig sind. Da Apfelessig ein natürliches Desinfektionsmittel ist, zerstört er außerdem schädliche Bakterien in Lebensmitteln. Es erleichtert die Zirkulation von Nährstoffen im Verdauungssystem und beugt Darmproblemen vor. Die enthaltene Pantothensäure beugt jedoch Rohblemen wie Blähungen vor. Darüber hinaus hat Apfelessig eine starke Wirkung auf die Senkung des Blutzuckers. Wenn es zu Mahlzeiten oder Salaten hinzugefügt wird, erhöht es die Empfindlichkeit des Gewebes gegenüber Insulin und senkt den Blutzucker erheblich. Bei Menschen mit Blutzuckerschwankungen gehen Glucosepartikel unangemessene Bindungen an Proteine ein und machen diese unbrauchbar. Dieser Vorgang wird in der Medizin als Glykation bezeichnet. Apfelessig reduziert das Risiko der Glykationsbildung mit seiner Folsäure, Niacin und anderen nützlichen Säuren mit antioxidativen Eigenschaften. Gleichzeitig schützt Apfelessig aufgrund seiner aktiven Eigenschaften dank der enthaltenen Antioxidantien vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es übernimmt sehr wichtige Aufgaben, um den korrekten Blutfluss sicherzustellen, indem die Blutflussqualität erhöht wird. Es schafft einen starken Abwehrmechanismus gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es hilft, Gefäßverschlüsse zu verhindern, indem es die Menge an Lipiden im Blut mit seinen Beiträgen zum Kreislaufsystem reguliert. Andererseits hilft Apfelessig dank seiner sauren Struktur. Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen und unterstützt grundsätzlich die Funktion der Leber und aller anderen Organe. Bei regelmäßiger Einnahme erhöht es den pH-Wert des Körpers. Beacetin, ein Flavonoid, das in Apfelschalen vorkommt, spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Entzündungen im Körper und der Stärkung des Immunsystems. Das Vitamin C im Apfelessig hilft. Das Immunsystem zu stärken, den Körper vor Keimen und Bakterien zu schützen und Krankheiten wie Erkältungen schnell wieder loszuwerden. Apfelessig, der unglaubliche Vorteile sowohl für das Verdauungssystem als auch für den Blutzucker hat, sorgt für die Funktionsfähigkeit des Gewebes und die Verwendung des Fettgewebes im Energiestoffwechsel. Sobald er in den Körper gelangt, auf diese Weise erleichtert es die Kio-Steuerung. Darüber hinaus erhöht es dank der enthaltenen Verbindungen die Menge an Acetylcholin, was mit Konzentration, Problemlösung und Gedächtnisverbesserung im Gehirn zusammenhängt. Studien haben bewiesen, dass der Verzehr von Apfelessig vor der Parkinson-Krankheit schützt, einer Erkrankung, die mit dem Abbau von Dopamin-produzierenden Nervenzellen im Gehirn verbunden ist. Gleichzeitig ist Apfelessig sehr reich an Antioxidantien, Flavonoiden, Phenolsäure und Vitaminderivaten. Aufgrund dieser Eigenschaften zeigt es Antikrebsfähigkeiten, indem es den Körper vor lebensabsorbierenden Krebszellen schützt. Gibt es also irgendeinen Schaden in einem so nützlichen Lebensmittel? Zunächst einmal kann Apfelessig, der die Giftstoffe im Darm reinigt und die nützlichen Bakterien nährt, Magenbrennen und Magenbeschwerden verursachen, wenn er ohne Verdünnung im Übermaß konsumiert wird. Das Trinken von unverdünntem Apfelessig kann für Menschen mit Verdauungsproblemen wie Magengeschwüren problematisch sein. Da es sich andererseits um ein fermentiertes Lebensmittel handelt, werden die darin enthaltenen reichhaltigen Pflanzenextrakte heute in der medizinischen Welt in der Medizin eingesetzt. Wenn Sie Medikamente haben, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, konsultieren Sie daher Ihren Art, bevor Sie Ihrer Ernährung starke Verbindungen wie Apfelessig hinzufügen. Wie viel und wie Apfelessig konsumieren? Experten haben den idealen Verzehr von einem Teelöffel Apfelessig pro Tag an drei bis vier Tagen in der Woche ermittelt. Angesichts dieser Informationen können Sie Ihrer Ernährung Apfelessig hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gut informiert.